da kommt noch mal das tor und dann die folge geschichte guck mal ob wir stimmen mit dem faustschlag da tritt qualiarella in richtung und da war der schlag ob das die faustschlag konnte ich jetzt nicht sehen auf jeden fall war es eine armbewegung und da geht der k.o. das ist rot